Und da habe ich mit der Zeit verstanden, also der Gott will immer neue Lieder, ja, immer neue Lieder und mein Kanal, ich habe dann später Kanal gegründet und auf meinem Kanal habe ich versucht die Lieder, die mir gefallen haben, zu schneiden von verschiedenen Gemeinden und auf meinen Kanal zu stellen und ja, wie gesagt, jetzt habe ich ganz knapp 4000 Lieder auf meinem Kanal und das ist, ja, wenn du mich fragst, was ist das dein bestes Lied, da sage ich immer, ein bestes Lied ist ein neues Lied, ja, deswegen Lobpreis und Anbetung ist auch sehr wichtig, dass wir in seine Gegenwart kommen und dass wir Gott erleben, dass wir auch verändert werden in seiner Gegenwart und das ist eigentlich meine Geschichte.